Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, man freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr schon im Tandelt unter dem Titlerkant habt. Heute geht es um die ISO-Hemlock. Wir haben einen Banger ISO-Hemlock-Gameplay gedroppt. Vor dem Update, jetzt das Season 5-Update, ist ja schon da, wo ihr das Video jetzt seht. Ich nehme das Video gerade am 31.7. auf, am Montag. Das Season 5-Update kommt aber am 2. August und ich fliege am 3. August schon in den Urlaub. Deswegen muss ich ein bisschen hier für YouTube vorproduzieren. Tut mir leid, falls die ISO-Hemlock jetzt nochmal genervt wurde, schlechter gemacht wurde. Maybe wurde sie auch besser gemacht. Ich weiß nicht, was zu Season 5 noch alles dazukommt, was Waffenpatches angeht. Aber ich habe die ISO-Hemlock kurz vor Season 5 getestet nochmal. Und die wurde irgendwie besser gemacht. Ich weiß nicht, also alle Waffen wurden irgendwie überarbeitet. Die ISO-Hemlock ist einfach insane. Ich muss wirklich sagen, das war meine Lieblingsmeta. Deswegen habe ich sie gerne nochmal jetzt gespielt. Wir haben, glaube ich, 41 Kills mit der ISO-Hemlock und der MP5 gedroppt. Wirklich crazy, die ISO. Ich liebe diese Waffe. 45 Schuss, 0 Rückstoß. Gute Mobilität für ein Sturmgewehr, für eine AR. Wirklich eine crazy, crazy Waffe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Gameplay. Falls die ISO-Hemlock, wie gesagt, zu Season 5 jetzt nochmal verschlechtert wurde. Tut mir leid, vielleicht wurde sie sogar verbessert. Oder vielleicht auch wurde gar nichts an der Waffe gemacht. Aber testet die ISO-Hemlock auf jeden Fall nochmal. Gebt ihr nochmal eine Chance. Die Waffe ist wirklich einfach crazy. Und ich liebe sie. Ich liebe es, die ISO zu spielen. Testet den Lotto. Den Lotto gibt es am Ende. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da. Dann ein kostenlos Abo da. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, nichts mehr du den Woz und Zappen noch verpassen möchtet. Dankeschön für 50.000 Abonnenten. Ich habe mich noch gar nicht bedankt. Ich voll Idiot. Dankeschön für 50.000 Abonnenten. Wir haben 50.000 Abonnenten geknackt. Komplett crazy. Wirklich big, big Liebe. Ich danke euch von Herzen für den Support. Weiß ich unnormal wertschätzen. Ich danke euch, dass ihr hier seid, dass ihr mir zuseht. Und meine Videos hoffentlich feiert. Ich küsse eure Herzen. Viel Spaß ist bei dem Gameplay. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag wahrscheinlich. Ich küsse eure Herzen. Und ich würde sagen, let's go! Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Was geht? Okay, die fünf ist schon geil. Sag ich auch. Sag ich auch. Was ist da hin, Bro? Was ist da hin, Bro? Was ist da hin, Bro? Das war's, Pistole. Schnell weg hier, Bro. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Was ist da hin, Bro? Dann bleibt's noch live. Wir spielen vielleicht die Runde noch. Vielleicht noch eine mal gucken und dann geh ich hier auf, Bro. Wer hat hier Kiste aufgenommen? Was ist da hin? Was ist da hin, Bro? 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 Was ist das? 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 Oh mein Gott, man kann Dolphin-diven und... Oh, wie geil ist das denn? Man kann Dolphin-diven und die Super-Schwung nutzen. Was ist das? Man kann Dolphin-diven und diese Sprung nutzen. Wart mal hat er 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 sich nicht in Luft aufgelöst? Was ist das? 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 Guck mal, wie viel? Guck mal, wie viel? Oh, wie viel Cash ich hab, wow! Was ist das? 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 Oh, dass... Beteil tublos laufen! Yep Verstanden. Wo ist er? Aber wieso kann ich ihn nicht finishen? Ich verstehe das nicht. Baba, das ist der letzte? Wie ist nicht der letzte? Wie ist nicht der letzte? War ich behindert oder stand da one wie one? Ich bin nicht, glaube ich, behindert. Ich wollte den finishen. Stand da nicht one wie one, Chad? Stand da nicht one wie one? Wieso kann ich ihn nicht finishen? Ich verstehe das nicht. Baba, das ist der letzte? Wie ist nicht der letzte? War ich behindert oder stand da one wie one? Ich bin nicht, glaube ich, behindert. So, wie versprochen kommen wir natürlich zum Loadout. Ich habe die ISO Hemlock zusammen mit der MP5 gespielt. Ich zeige euch den Loadout von der ISO. Ich habe den gleichen Loadout wie immer gespielt. Die Tabinger, die 20-Mündung. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den FIDA-T50-Lauf. Tuning sieht so aus. Den FD-Gripper-Unterlauf. Tuning sieht so aus. Dann haben wir das 45-Schuss-Magazin. Das SZ-Nachlade-Visier. Tuning sieht so aus. Wie immer könnt ihr hier auch, wenn euch das mehr gefällt, das Zielhilfen-Visier spielen. Die Spieler das SZ-Nachlade viel lieber. Genau. MP5-Laurout sieht so aus. L38 Falcon-Lauf. Tuning sieht so aus. Dann haben wir die Hohlspitz-Munition. Tuning sieht so aus. Das 40-Schuss-Magazin. Den VLK-Laser. Tuning sieht so aus. Dann haben wir den Mehrrückschuss-Shaft. Wir haben mehr Rückschuss dabei. Ich muss immer dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Einschalten. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.